Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass gerade das letzte halbe Jahr sehr emotional war und dann natürlich auch eine Bindung entsteht zum Verein, aber im Fußball will man das Maximum aus sich herausholen, deswegen wollte ich unbedingt wechseln, aber klar, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und Abschiede sind nie so einfach, wenn man sich irgendwo wohl fühlt, deswegen ist es schon schwer gefallen. Es ist alles neu, neu ist immer ein bisschen anstrengend, man muss sich an alles gewöhnen, neue Abläufe, neue Mitspieler, neue Trainer, aber es macht Spaß, das ist die Hauptsache und dann wird der Rest auch funktionieren, man ist gerade dabei, alles kennenzulernen, die Art und Weise, wie der Trainer Fußball spielen will, kennenzulernen und ich bin der Meinung, das wird immer besser und wir haben ja auch noch ein paar Wochen, bis es dann endlich losgeht. Gut, über allem stehen die Ziele der Mannschaft, das werden wir sicherlich jetzt noch im Laufe der Vorbereitung uns ein Ziel setzen, das haben wir bisher noch nicht gemacht, aber klar ist, dass das letzte Jahr auch für die TSG nicht so gelaufen ist, wie sie sich gewünscht haben und dass man da ein besseres Ergebnis erreichen will und dazu will ich natürlich meinen größtmöglichen Beitrag leisten, ich will spielen und vielleicht ein paar Tore schießen, mal sehen.